Ich sehe den Punkt auch, warum WordPress mit Open Source und jeder kann damit alles machen, was er möchte und ich installiere mir das selber und ich habe die Kontrolle und so. Ich sehe die Punkte, warum die Leute gut finden, diese Freiheit damit auch zu haben. Ich sehe genauso die Komplikation, die es mit sich bringt. Wir haben das schon besprochen, Thema Updates und so weiter. Genauso sehe ich bei so einem System wie Webflow eben die Vorteile von solchen geschlossenen Systemen. Dass man da halt einfach und ich vergleiche das gerne jetzt, wenn wir dann so ein bisschen die Plugins mit einfließen lassen. Die Plugins sind quasi von der kreativen Community, die hauen neue Funktionen rein, die machen das System um einiges besser und jeder kann sich das installieren. Irgendwann fängt es halt an, dass so ein bisschen Chaos damit reinkommt. Das ist nicht so wirklich geordnet. Und das ist was, was zum Beispiel von Webflow, was jetzt langsam eben anfängt durch die Webflow Apps, dass man sich das quasi installieren kann in seinem Projekt und die Funktionalität also erweitern kann. Und das ist auch so ein bisschen wie die Plugins. Jeder Entwickler könnte so solche Apps dann sozusagen schreiben. Und das fängt jetzt so langsam an. Aber hier siehst du einen ganz ähnlichen Prozess, wie das zum Beispiel Apple Handhabt. Und die haben auch ein App Store erschaffen, bei dem kein Entwickler einfach per Klick seine App publishen kann und jeder kann sich die installieren. Du durchläufst immer einen Kontrollprozess, wo eben die Qualität geschaut wird. Guck, da ist der Code. Macht er uns irgendwas kaputt? Ist der auch d'accord mit unserem Designer? Funktioniert der auch? Und in gewisser Maßen, ich weiß, woher die Leute quasi kommen, wenn sie sagen, das finde ich nicht so gut, wenn das so kontrolliert wird, weil man im Prinzip dann von heute auf morgen gerade so eine Preisstruktur erhöhen könnte oder dies und jenes bestimmen könnte, ohne dass die Community das entscheidet, ob wir das gut finden oder nicht. Und diese Kontrolle haben wir sozusagen Webflow überlassen. Natürlich versucht jeder so rüberzukommen, als ob wir auf die Community hören und wir machen das, was ihr braucht und was ihr wollt und so. Aber am Ende entscheidet das Unternehmen, was sie eben, wohin sie möchten. Und trotzdem finde ich das, wenn ich es mir bei Apple anschaue, immer wahnsinnig angenehm, dass ich quasi im App Store weiß, ich kann mir die Sachen installieren, ohne mir ein Virus reinzuholen oder irgendwas. Also die sind einfach da, die sind kontrolliert worden. Und das vergleiche ich ganz gerne jetzt bei diesem Bereich Plugins zum Beispiel oder halt Apps jetzt hier bei Webflow, vergleiche ich das so ein bisschen damit, weil es bei Apple auch ganz stark so ist, dass da die Entwickler quasi erstmal was einreichen müssen. Und dann wird da drauf geschaut. Und genauso hast du bei so einem geschlossenen System eben diese Möglichkeiten, nicht jetzt einfach die Webflow, den Designer runterzuladen. Das ist ja was bei WordPress, du installierst es, auf welchem Server du haben willst. Genauso das, was ja viele auch bemängeln, lass mich entscheiden, ob ich den Server in der EU haben will oder ob ich einen weltweiten CDN haben will. Warum können wir das nicht entscheiden? Und ich denke, solche Unternehmen, die hören das schon, aber es ist für die nicht so schnell umsetzbar, wie wir uns das manchmal vorstellen. Und es geht jetzt zwar schon ein paar Jahre und Thema DSGVO ist auch für viele lästig, gehört aber irgendwie dazu. Und das ist schon nervig auch, dass sie da vielleicht nicht schneller einem entgegenkommen mit solchen einfachen Einstellungen eigentlich aus unserer Sicht. Ich weiß nicht, wie kompliziert es im Hintergrund ist, aber genau da macht sich das bemerkbar. Weil ich habe jetzt für meine Kunden ja keine Lust, jedes Mal den Source-Code runterzuladen, per FTP irgendwo hochzuladen und dann gibt es eine Änderung. Dann gehst du wieder in den Designer und dann lädst du es wieder runter und so. Das machst du mal bei einer Marketingaktion, wo du irgendwie ein One-Page-Shop hast, abgestimmt, fertig, schieben wir hoch. Da kannst du das machen, dann ist das egal, da endet man nichts mehr oder die wird irgendwie gelöscht nach zwei Monaten. Aber ich finde es super angenehm, eigentlich diesen Ort zu haben, wo ich weiß, ich gehe zu dem Dashboard, dann öffne ich von dem Kunden das Projekt und ich habe da alles irgendwie drin und ja, alles hat die gleiche Version und so. Ich finde das total angenehm und bin wahrscheinlich da nicht so abgelenkt von, hey, es könnte doch sein, dass Webflow damit irgendwie schabernackt treibt. Klar, ich habe mich damit intensiv beschäftigt und habe auch ein gewisses Vertrauen aufgebaut zu den Gründern und so weiter und es ist kein Aktienunternehmen, also es sind nicht eine Börse oder sowas. Also das heißt, die haben immer noch eigene Entscheidungen, sind nicht getrieben vom Geld oder irgendwas und es ist so, ich habe da schon großes Vertrauen, aber ich kann das trotzdem verstehen, warum diese offenen Systeme einfach auch attraktiv sind für viele. Ich glaube trotzdem, dass es bei WordPress der Nummer eins Grund, das ist, dass es kostenlos ist. Nicht, weil es Open Source ist, sondern weil es halt einfach erstmal kostenlos ist.